einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin sorry ich bin total durchgeschwitzt und das ist hier auch eine hitze wir haben hier über 30 grad in der wohnung in der wohnung und ich habe hier schon den balkon offen jetzt auf dem abend und die ganze zeit schalesine und dann aber wir kommen zum unboxing der hd schuldigung webcam ich hoffe nicht dass ich krank werde jetzt vor ferien von havid havid und ich habe das jetzt hier schon etwa eine woche liegen und bin nicht dazu gekommen hier ein unboxing zu machen weil halt viele termine und ja so wird man hier licht anmachen so sieht man halt ein bisschen was mehr so ich bin mal gespannt was die camp für bilder macht so haben wir den karton ich muss mir erstmal vorsicht leute entschuldigung ich muss meinen schweiß abwischen der ist so extrem heiß hier wir haben cam wir haben hier anleitungen wir haben eine usb cam hier ist so gummi drauf zum festmachen okay die ist wirklich sehr klein also die soll 720p fähig sein ich werde mir mal davon sehr überraschend lassen oder wieviel kann die da steht nicht da werden wir nachher sehen so und wie gesagt wenn ihr die kauft habt ihr hier die cam mit einem sehr langen usb kabel so wie es aussieht aber hier ist auch noch für laut und leise glaube ich was dran ich denke mal das wird für das eingebaute mikrofon sein dass man das laut und leise drehen kann was anderes fällt mir jetzt da ehrlich gesagt nicht ein ja mehr ist auch nicht mit bei wie gesagt dann hier noch die service karte und noch mal eine service karte sind es nicht mal eine bedienungsanleitung sind nur zwei service karten not happy happy not happy ach das ist ja deutsch aber ich habe meine lesebrille nicht bei zufrieden und zufrieden zufrieden und zufrieden da steht irgendwas drin muss ich mal gucken so soll es jetzt aber so weit auch gewesen sein zum unboxing da ist ja wirklich jetzt nicht viel mit bei was man hier an boxen kann deswegen würde ich sagen sehen wir uns im hardware video da gucken wir uns den kabel an und wie die kamera jetzt angehängt werden soll und wie das alles funktioniert bis dahin verabschiede ich mich ahoi sagt euer odin